Sie nennen es Space Surfing. Wie kommen Sie nur alle auf diese cleveren Namen, die den Drogenkonsum beschreiben? Einen Durchziehen, Candy Flipping, Banging Down a Stiff Lucy. A Stiff Lucy? Ähm, hab noch nie davon gehört. Mit einer Frau aus diesen schäbigen, niederen Kreisen, klein gemeines Kukakin, von dem dirigierten Penis wird sie dann es los, das sie nennen, und danach erst selbst seine Gemächtel gemächtnimmt. Wiedern Kamer am East. Niemals Tränen. Niemals Tränen. Niemals Tränen. Niemals Tränen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.